Sie haut ab, Maike. Ich weiß, Wilson hat gerade an mich übergeben. Wir müssen unseren Plan ändern. Der Sicherheitschef von Acton ist zu seinen Bankkonten auf den Bahamas, die er sich mit Industrie-Spionage verdient hat. Und jetzt noch ein Mord. Bleiben Sie stehen. Eine Bewegung und ich schieße. Tanja, nehmen Sie ihm seinen Revolver ab. Das wird nicht nötig sein. Ich hab meinen eigenen. Tanja, geben Sie mir den Revolver. Das tue ich. Das wird nicht nötig sein.